Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüsse Sie herzlich zu einer weiteren Sendung «Schweizerzeit-Magazin». Im Mittelpunkt steht ein Thema, das brennt. Man liest und gehört überall, dass die Arbeitslosigkeit von den Schweizerinnen und Schweizer, von den hier lebenden Leuten, von den über 50-Jährigen massiv zunimmt. Man hat zwar soeben die Meldung bekommen, die Arbeitslosigkeit sei in der Schweiz weiterhin sehr tief, man klammert aber bei der offiziellen Statistik vom Bund aus, dass diejenigen, die ausgesteuert sind, also die länger als zwei Jahre arbeitslos sind, dass die in dieser Statistik nicht mehr als Stellensuchende erscheinen. Das verzerrt die Statistik massiv. Die Zahl der ausgesteuerten über 50-Jährigen wächst rasant. Und ich meine, es ist klar, wenn man Leute mit Erfahrung aus dem Beruf sozusagen zum alten Nissen stempelt, dann nachher weckt das auch Gefühle von Verbitterung, von Frustration und die bewegen die Schweizer Öffentlichkeit zunehmend. Die heutige Sendung entsteht wieder in Zusammenarbeit mit Schweiz 5. Und die Arbeitslosigkeit von den über 50-Jährigen, die ist im Mittelpunkt. Man sieht, dass auch das Parlament reagiert hat, mit einem sogenannten Inländervorrang-Leit, sagen sie dem. Die Bundesrat kommt mit einer neuen Idee, nämlich mit einer Übergangsrente, die man von 60 Jahren bekommt. Man sieht, die Politik ist geschäftig, sie ist offensichtlich nervös. Ich begrüsse zur heutigen Sendung zwei Persönlichkeiten. Der Nationalrat Franz Greuther aus dem Kanton Luzern, wohnhaft in Eich, Luzern, im Moment als Ständeratskandidat auch im Rennen, hat das Thema im Parlament nachdrücklich in den Mittelpunkt gestellt und er hat, und das ist eigentlich der Anlass zur heutigen Sendung, eine persönliche Initiative er lanciert im Arbeitsmarkt selber mit der Gründung einer Stiftung. Das werden wir heute noch behandeln. Dann haben wir als Gast den Herrn Ivo Sugai aus Trimbach Solothurn. Er ist Deutscher, seit 20 Jahren in der Schweiz. Seine Kinder sind da aufgewachsen, sind da in die Schule gegangen. Also er ist, wir wechseln jetzt auf Hochdeutsch, er ist mit der Schweiz eng vertraut und er ist jetzt ein Betroffener. Er ist vor einigen Jahren erstmals, also als er über 50 war, erstmals arbeitslos geworden. Dann konnte er dank der Stiftung, mit der Herr Nationalrat Grütter in Beziehung steht, wieder eine Stelle bekommen. Jetzt ist er wiederum 60-jährig. Ein typischer Fall der Arbeitslosigkeit der über 50-Jährigen. Meine erste Frage, wie entwickelt sich die Arbeitslosigkeit jetzt mit genauen Zahlen in der Schweiz? Ich glaube, Sie haben diese Zahlen, Herr Grütter. Ja, also ich denke, der Einstieg war bereits die erste wichtige Botschaft, war eigentlich, was sind die offiziell publizierten Arbeitslosenzahlen, die wir regelmässig vorgesetzt bekommen und die von den meisten Medien auch übernommen werden. Diese Zahl, die hört sich gut an. Das sind um die 100.000, circa 100, etwas über 100.000 Arbeitslose, die wir zurzeit haben. Aber die effektive Arbeitslosigkeit oder der richtige Begriff ist die Erwerbslosigkeit. Das ist eine Zahl, die ist doppelt so hoch. Also wir haben aktuell rund 240.000 Menschen in diesem Land, die keinen Job haben und die arbeiten möchten und die auf einer Stellensuche sind. Dort eingerechnet sind eben auch die Ausgesteuerten. Und die Ausgesteuerten, das sind die, die in der offiziellen Arbeitslosenstatistik in der Schweiz nicht erscheinen. Und deshalb ist eigentlich auch hier eine der wichtigsten Themen, das mich wirklich persönlich und auch die Betroffenen immer wieder stört, ist, dass hier bewusst, bewusst beschönigt wird, was die Arbeitslosenzahlen in der Schweiz angeht. Also die offiziellen Zahlen und die reellen Zahlen sind Faktor 2 höher. Also der Arbeitslose ist definiert als der, der in der Arbeitslosenstatistik erscheint. Wer länger als zwei Jahre arbeitslos ist, fällt aus der Statistik weg, wird ausgesteuert. Als Erwerbslose werden die bezeichnet, die arbeiten möchten, die Arbeit suchen, auch wenn sie ausgesteuert sind, aber keine Stelle erhalten. Nun ist noch die Frage der Altersgruppen. Wie ist die Arbeitslosigkeit auf die Altersgruppen verteilt? Ja, also vielleicht noch eine ganz kleine Präzisierung. Die Arbeitslosenstatistik beinhaltet genau diese Zahl, also die Leute, die während ihrer Zeit, in der sie Arbeitslosengeld beziehen können, nachher werden sie ausgesteuert. Das heisst, sie bekommen kein Geld mehr von der Arbeitslosenkasse. Sie können sich aber weiter beim RAF melden, dann sind sie in dieser Statistik noch enthalten. Dann haben sie Sozialhilfe. Dann haben sie Sozialhilfe, beziehungsweise sie müssen zuerst von ihrem Erwerbs, also wenn sie ein Vermögen oder wenn sie etwas Angespartes haben, müssen sie zuerst das Geld, das sie selber aufgebrauchen, das müssen sie von dem leben und erst dann werden es Sozialfälle. Und jeden Monat werden etwa zwischen 3.500 und 4.000 Leute ausgesteuert, die nicht mehr in dieser Statistik sind. Das heisst, jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Leute, die nicht mehr in diesen Statistiken erscheinen. Und das zeigt das grosse Bild, wie verfälscht diese Zahlen sind. Also da kommt ja noch zum Ausdruck, dass wer in die Schweiz einwandert, jetzt allenfalls Asil begehrt, der erhält eigentlich von Anfang an volle Sozialhilfe. Derjenige, der ausgesteuert wird, der also mehrere Dutzend Jahre gearbeitet hat, Steuern bezahlt hat, seine Pflichten erfüllt hat, dem sagt man, du musst jetzt zuerst dein Vermögen verbrauchen, allenfalls, wenn er sich ein Einfamilienhaus angespart hat, muss er sogar das Haus verkaufen. Und wenn du dann arm bist, dann helfen wir dir auch. Ist das etwas überspitzt formuliert? Nein, es ist richtig formuliert. Es gibt ja sogar diese neu definierten 12.000 Franken Integrationspauschale für Leute, die hierher kommen und Asyl begehren und dann versucht man sie zu integrieren. 12.000 Franken pro Person, also 1.000 Franken pro Monat. Und tatsächlich ist es eigentlich so, dass der Schweizer, die Schweizerin, die Leute, die hier sind, auch sogenannte Inländer, die hier sind, die müssen zuerst wirklich ihr privates Vermögen aufbrauchen, bevor sie einen Franken Sozialhilfe beziehen können, wenn die Arbeitslosenzeit beendet ist. Also das ist tatsächlich sehr störend und auch eigentlich für viele, viele Leute auch nicht verständlich, was hier abgeht. Herr Ivo Zugei, Sie sind betroffen. Jetzt möchte ich Sie bitten, einmal ganz persönlich zu erzählen, wie das ist, wie man das erlebt, wenn man sozusagen aus Altersgründen durchaus arbeitswillig, durchaus arbeitsfähig nun einfach beiseite geschoben wird und in die Arbeitslosigkeit verwiesen wird. Und es ist ein finanzielles Problem, es ist aber natürlich auch ein sehr persönliches Problem. Sie, Herr Schlöer, die Situation stellt sich so dar. Ich war ja schon mal mit 54 Jahren arbeitslos. Da ist es mir nach zweieinhalb Jahren gelungen, eine Anstellung zu bekommen. Und jetzt ist aber so die Situation, dass ich erneut seit sechs Monaten arbeitslos suchen bin, weil in der Firma eine Umorganisation stattgefunden hat. Und ich bin im Februar 60 Jahre alt geworden. Jetzt ist es so, vom RAF wird man zu Kursen verpflichtet. Ich habe in Olten im Stellwerk mein Dossier auf Vordermann gebracht. Ich denke, ich bin auch sehr zufrieden mit den Unterlagen. Aber mein Problem ist, dass ich über 50 Bewerbungen schon versandt habe mit dem optimierten Dossier, aber kein einziges Vorstellungsgespräch habe. Was ist Ihr Beruf? Ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur. Ich habe eine Weiterbildung gemacht als Bürokaufmann. Und ich bin jahrelang, über 34 Jahre im Außendienst tätig gewesen, als Verkaufsingenieur oder Projektleiter. Und auf dem Gebiet suche ich auch eine neue Einstellung. Es kann in den Bereichen sein Maschinenbau, elektrische Maschinen, Mittelspannungsmotoren, Service oder auch im Bereich Oberflächentechnik. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Sie zwar, wie Sie gesagt haben, über 50 Bewerbungen geschrieben haben, aber nicht einmal zu Vorstellungsgesprächen aufgeboten werden? Was bedeutet das für Sie? Also das bedeutet natürlich, mit jeder Absage bekommt man ja wie so ein Hammerschlag auf dem Kopf, wie wenn man auf den Nagel schlägt. Und man verliert Selbstvertrauen. Also das Selbstvertrauen kurz nach, also im Beginn der Arbeitslosenzeit ist noch hoch, weil man weiß, man kann was und man findet Donnerstelle. Und dann nimmt das langsam ab, wenn man so viele Absagen bekommt. Herr Franz Grütter, Sie sind ja auch in der Wirtschaft führend tätig. Sie haben selbst eine Firma, eine recht grosse Firma. Ja, zählt Erfahrung nicht mehr, wenn man eine Stelle ausschreibt. Also schaut man nicht mehr das, was jemand schon geleistet hat, wenn man eine Stellenvergabe sich überlegt? Ja, es ist natürlich so, dass der Arbeitsmarkt, also ich kenne Gott sei Dank wirklich auch Unternehmen, die heute in ihrer Firmenpolitik ganz bewusst auch sagen, wir wollen diese Erfahrung nutzen können und die sogar Programme auch einführen. Ich habe auch bei uns im Unternehmen, stellen wir auch wirklich Leute an über 50 und das ist bei uns nicht irgendein unausgesprochenes Ausschlusskriterium. Es gibt keine Firma, die das offen zugibt, dass sie so Ausschlusskriterien hat für Leute über 50. Aber die Fakten zeigen natürlich, dass viele Personen über 50, die sich bewerben, einfach nicht mal mehr zum Interview eingeladen werden. Das ist ein typischer Fall. Das sind Leute, die wollen arbeiten und ich glaube eben, in einem gesunden, guten Unternehmen sind eine gute Durchmischung auch mit älteren Arbeitnehmern diese Erfahrungen, die sind unglaublich viel wert. Manchmal muss man mit diesen Leuten einen Weg finden, weil oft haben sie eine Karriere hinter sich und müssen vielleicht bereit sein, im Einvernehmen gemeinsam mit dem Arbeitgeber zu sagen, vielleicht ist der Lohn nicht mehr auf dem gleichen Niveau, aber es gibt noch eine weitere Beschäftigung. Ich denke, die Unternehmen sind natürlich auch gefordert, hier Hand zu bieten und versuchen, auch Wege zu finden, dass man diese Eltern, wir werden die älteren Arbeitnehmer, wenn nicht jetzt in 10 bis 15 Jahren, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, wenn all diese geburtenstarken Jahrgänge mal pensioniert sind, wird, dann werden wir, wir sind sogar gezwungen, Wege zu finden, wie wir ältere Arbeitnehmer weiter im Unternehmen beschäftigen können, sonst wird uns das einholen. Also dort, denke ich, haben wir eine Aufgabe. Nun stehen wir aber unter dem Regime der Personenfreizügigkeit. Also es ist so, dass die gängige Aussage, die Älteren, die aus dem Arbeitsmarkt weggedrückt werden, die werden vor allem mit jüngeren, kostengünstigeren EU-Einwanderern ersetzt. Trifft das zu oder ist das eine Behauptung ohne Grundlage? Nein, also ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sehen, Leute über 50 heute ist vor allem das Problem die Langzeitarbeitslosigkeit. Wenn man die nackten Prozentzahlen nimmt, dann sind etwa 2,5 Prozent, die Arbeitslosenrate bei den Leuten über 50, die liegt bei etwa 2,5 Prozent, die ist nicht übertrieben viel höher als bei jüngeren Leuten. Aber das grosse Problem ist, die brauchen viermal länger, um wieder eine Stelle zu finden und entsprechend ist die Langzeitarbeitslosigkeit, die Hälfte, mehr als die Hälfte der Langzeitarbeitslosen, also ausgesteuerte, sind Leute über 50 und dort ist eigentlich die Dramatik, nicht die eigentliche Zahl. Und es ist natürlich so, wir haben Branchen, ich denke beispielsweise an Baugewerbe oder Gastro, wo wir Arbeitslosenquoten haben von über 10 Prozent, also tausende von Arbeitslosen hier. Und gleichzeitig, genau in diesen Branchen, es gibt auch noch andere, aber vor allem auch in diesen Branchen, werden wegen der Personenfreizügigkeit noch tausende von Leuten zusätzlich ins Land geholt. Und das war ja immer auch unser Anliegen zu sagen, zuerst müssen wir doch wieder schauen, dass die Leute, die in diesem Land ansässig sind, arbeiten können, dass wir für die Schweizerinnen, für die Schweizer, für die Inländer, die hier sind, den Begriff Inländer, über den müssen wir dann auch noch sprechen, aber dass wir für die mal zuerst schauen, dass die wieder Arbeit finden. Und wenn die Arbeit haben, können auch weitere Leute ins Land kommen. Es gibt Branchen, dort brauchen wir Leute. Und auch dieser, man unterstellt uns ja immer, wir wollen das Land abschotten und so, das ist ja Blödsinn, also niemand will das Land abschotten. Es gibt Branchen, ich komme aus der Informatikbranche, dort werden wir, selbst wenn wir tausende von Leuten im Land weiter ausbilden, gibt es einen bestimmten Bedarf, die wir auch aus dem Ausland holen können müssen, aber nicht in Branchen, wo schon 10% Arbeitslosigkeit herrscht. Also es geht, ich meine, es sind einfach zwei verschiedene Probleme, man hat einerseits in Branchen Bedarf, der aus der Schweiz nicht abgedeckt werden kann, aber dann haben wir andererseits den Verdrängungsprozess, also Sie sind jetzt das Opfer eines solchen Verdrängungsprozesses, haben Sie denn festgestellt, jetzt in der Anstellung, die Sie hatten, dass da eine gewisse Tendenz besteht, dass man Jüngere aus dem Ausland holt und Ältere mehr oder weniger abserviert? Also ich war sehr überrascht über die Freistellung, das ging von einem Tag auf den anderen. Gemerkt habe ich in meinem Beruf, dass Jüngere mit höheren Qualifikationen, also alles über Doktor, ich bin nur Maschinenbrancher, Diplom-Ingenieur, aber die Stufen werden alle, Doktor werden perfekt mit höher qualifizierten Leuten, die perfekt Englisch sprechen, die perfekt Französisch sprechen und Jünger sind auch im IT-Bereich, in den Möglichkeiten, CRM und SAP, diese digitalen Systeme, schon nutzen können. Ich müsste Deutsch geschult werden. Also muss man da sagen, ich meine natürlich, man schwört ja alles auf die Digitalisierung und dort sind sehr rasche Entwicklungen im Gang, statt dass man sich bemüht, das Personal, das man hat, weiterzubilden, ihnen Kursbesuche zu ermöglichen, die sie da auf der Höhe der Entwicklung belassen, sagt man, ja, das ersparen wir uns, wir holen Leute aus dem Ausland, die das alles schon können, einfach weil sie als Jüngere das schon früher gelernt haben. Ist das mehr das Problem, mit dem sie sich konfrontiert sind? Richtig, ja. Also ich fasse eben keinen Fuss mit den ganzen Bewerbungen, dass ich nicht mal zu meinem Vorstellungsgespräch gerufen werde, weil ich den Arbeitgebern zu teuer bin. Also auch in Bezug auf die Pensionskasse, wo die Zahlen natürlich im Alter viel höher sind und das findet alles ein, an eine neue Stelle zu bekommen. Wie beurteilen Sie das als Arbeitgeber? Ja, also wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, auch als Arbeitgeber, aber auch aus der Tätigkeit in der Stiftung, wo wir ja Leuten helfen, die keinen Job mehr finden, die über 50 sind, es gibt eigentlich so drei Faktoren. Das eine ist, es gibt eine Gruppe, ich würde mal sagen, ein Drittel der Leute, die kann man schnell wieder vermitteln. Die sind gesucht, die arbeiten in einem Umfeld, wo Bedarf ist, das löst man. Da gibt es so der zweite Drittel und hier sehe ich vor allem die Unternehmen in der Verantwortung, das kann nicht nur der Staat alles lösen. Das sind Leute, die haben 20, 30 Jahre gearbeitet in einem Beruf und sind vielleicht in einer Branche tätig, die sehr schnell sich bewegt hat, Fortschritt oder einfach viel Neues dazugekommen ist und vielleicht der Bedarf besteht an Weiterbildung oder es gibt Lücken zum aktuellen Bedürfnis. Und dort sehe ich vor allem auch Unternehmen in der Verantwortung. Wenn jemand mit 50 plötzlich weg ist vom Fenster, weil man sagt, das und dort und dort hat er Lücken, das muss man früher beginnen. Ich kenne Firmen, die starten ab 40 jährlich mit den Mitarbeitern, gehen die durch, wo hat es Lücken, wo sollte man etwas machen, weil man ist ja nicht plötzlich über Nacht weg vom Fenster, sondern man muss eigentlich schon ab 40 beginnen oder vielleicht sogar schon früher beginnen zu schauen, wo gibt es Lücken und dort immer wieder, um up to date zu bleiben. Dort denke ich, haben die Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Verantwortung, an diesen Themen zu arbeiten. und dann gibt es natürlich schon auch Fälle, das muss man sagen. Ich sage jetzt, das ist vielleicht der dritte Drittel. Das sind Leute, die halt vielleicht ein Problem haben, die wirklich schwierig sind zu vermitteln. Es gibt alles Erdenkliche von Krankheit über, über, über. Oft auch Fälle, wo natürlich dann Langzeitarbeitslosigkeit ist ja dann ein tragisches Thema, weil die Leute, und Sie haben das auch angesprochen, die Leute beginnen dann irgendwann, das ist eine Negativspirale, oder wenn man sich mal 50 oder 100 Mal beworben hat, dann weiss man auch nicht mehr, in einer Bewerbung seine eigenen Stärken hervorzuheben. Also man verliert komplett das Selbstvertrauen und die Leute glauben auch nicht mehr daran und das ist dann, wird dann so schlimm, kann so schlimm werden, dass es eigentlich fast dazu führt, dass eine Vermittlung kaum mehr möglich ist. Also eigentlich sehr tragische Fälle, wo dann eine Hilfe zum Teil gar nicht mehr möglich ist. Also ich denke, das sind so die drei, die drei Gruppen so ein wenig vereinfacht. Gehen wir zurück jetzt in die Politik. Das Parlament hat ja diese Entwicklung da im Rahmen mit der angenommen von Volk und Ständen, angenommenen Initiative gegen die Masseneinwanderung ausführlich besprochen und hat die Lösung gefunden im sogenannten Inländervorrang-Leid. Was hat dieser Inländervorrang-Leid, der jetzt schon einige Zeit in Kraft ist, was hat er gebracht? Vielleicht wieder zuerst die politische Seite. Ja, also ich glaube, es sind sich heute herrscht große Einigkeit, dass es eigentlich primär eine große bürokratische Hürde ist für Unternehmungen, insbesondere eben für die Branchen, die heute, wo dieser Arbeitslosen-Schwellenwert überschritten ist, die einfach jede Stelle beim RAF melden müssen. Aber trotzdem hat es nichts gebracht, dass ein Inländervorrang gibt es nicht. Also es kann die Branchen, die Unternehmungen werden dazu verpflichtet, alle ihre offenen Stellen den regionalen Arbeitsvermittlungszentren zu melden. Also dort herrscht heute ist eine riesen Datenbank, man sieht alle offenen Stellen. Aber nachher ist die Unternehmung trotzdem völlig frei anzustellen, wenn sie will. Also von dort her ist unser Ziel, die Zuwanderung eigenständig steuern zu können, nicht erfüllt worden. und insofern erzielen wir auch keine Wirkung. Also es gibt keinen Vorrang für Leute, die in diesem Land leben. Man ist weiterhin komplett frei anzustellen, wen man will, hat aber zusätzliche bürokratische Hürden geschaffen. Also man kann sagen, es sind ein paar Bürokraten mehr beschäftigt worden, um das Problem etwas komplizierter und etwas länger abzuhandeln, aber das Ergebnis ist nicht anders, als es früher war. Das Verrückte ist ja sogar noch, dass die RAFs heute, vor allem in der Nordwestschweiz, das hat man ja auch gelesen, heute sogar Mitarbeiter aus der Schweiz ins Ausland vermitteln, nach Deutschland, nach Frankreich, wo ja die Erwerbslosenquote heute, die Schweiz ist ja auch nicht mehr führend. Wir waren noch im 2011, 2012, hatten wir eine Erwerbslosenquote, die Japaner waren noch besser als die Schweiz, wir waren das zweitbeste Land, was die Erwerbslosenquote also die zweittiefste Erwerbslosenquote. Ja, also zweitbeste, genau, wir hatten die zweittiefste Erwerbslosenquote weltweit, die Japaner waren noch besser. Heute, also nur sechs, sieben Jahre später, sind wir ins absolute Mittelfeld abgerutscht. Wir haben heute eine Erwerbslosenquote von ziemlich genau 5%, 4,95%, das ist die reale Zahl. Wir sind schlechter als Deutschland, wir sind schlechter als Japan sowieso, wir sind schlechter als England, USA, Halbosteuropa, Holland, also die haben uns alle geschlagen, also wir sind ins absolute Mittelfeld abgerutscht und das sieht man jetzt, die Resultate sieht man, Langzeitarbeitslosigkeit steigt an, die Arbeitslosenkasse hat auch hunderte von Millionen höhere Ausgaben, also man spürt und wir sind noch nicht mal in einer Rezession. Herr Zugei, was sagen Sie dazu, was hat Ihnen dieser, ich meine, Sie waren 20 Jahre hier, nicht? Also Sie sind ein echter Inländer, wenn auch nicht Schweizer Bürger, aber echter Inländer. Wie haben Sie das erfahren, diesen Inländervorrang Leid, haben Sie überhaupt etwas erfahren davon? Also ich habe nichts davon erfahren, ich muss sagen, ich habe mich auf die Stelle konzentriert, auf meine Tätigkeit, ich bin nicht so ein politischer Mensch und habe das eigentlich gar nicht gewusst, das ist jetzt das Erste, was ich höre von Herrn Grüter, diese Zahlen. Was mir aber persönlich helfen würde, ist eigentlich, dass man, wenn man arbeitslos wird, dass man vielleicht in den ersten drei Monaten eine Zusatzdaßbildung für Ingenieure, also für meine Kollegen auch, absolvieren könnte, in den Punkten, wo man Mängel hat, weil je länger das dauert, desto schwieriger wird es. Und das Ganze fußt auf einer von Volk und Ständen angenommenen Initiative, die genau das wollte, nämlich, dass man von der Schweiz aus steuern kann, in welchen Kategorien das man Leute benötigt und auch hereinlässt und in welchen Kategorien die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich ist und dort will man sie nicht noch verschärfen. jetzt, man, es fällt ja auf, von Bundesbern wird, man muss sagen, fast penetrant immer dieser Begriff Inländer verwendet. Nie zum Beispiel spricht man von Schweizerinnen und Schweizern in Bezug auf Arbeitslosigkeit, immer nur von Inländern. Was ist der Grund, dass Bern dermassen Wert darauf legt, dass man das Wort Inländer braucht? Und wie braucht Bern diesen Ausdruck Inländer? Ja, ich glaube, das Traurige ist ja, und das war eigentlich, ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch der negative Höhepunkt dieser Legislatur, dass das erste Mal in dieser Dimension eine Volksinitiative nicht umgesetzt wurde. In der NZZ hat man vor ein paar Tagen gelesen, sie sei zu etwa 5%, also zu einem Zwanzigstel umgesetzt worden. Also ich denke, das ist ja schon fast in der Geschichte der Schweiz, in dieser Tragweite ist das also schon, ich meine, es ist schon ein grobes Stück, was hier gemacht wurde mit dieser Nicht-Umsetzung dieser Initiative. Nun, der Begriff Inländervorrang, mit dem eigentlichen Begriff habe ich keine Mühe, weil wir wollen auch mit unserer Initiative sagen, wir wollen zuerst den Menschen, die in diesem Land leben, das müssen nicht nur Schweizerinnen mit einem Schweizer Pass sein, sondern das sind auch Leute wie er, der lebt hier, der ist hier niedergelassen, sind Leute, die hier in diesem Land sind. Nun, aber dieser Begriff Inländer, ich habe jetzt ja auch gelernt, in Bern, man versucht ja auch immer wieder Sachen zu umgehen und ich vermute eben, und das sind ja auch die Anzeichen, die wir haben, dass der Begriff Inländer, sollte unsere Begrenzungsinitiative angenommen werden, könnte man dort wieder versuchen, etwas zu umgehen und wie könnte man das umgehen, indem man einfach sagt, wer ist ein Inländer? Ein Inländer könnte dann plötzlich sein, jeder, der hierher kommt und eine Stelle sucht, und das haben 500 Millionen Europäer das Recht dazu, gilt bereits als Inländer und hat damit Anspruch hier auch von einem Vorrang. Also hier werden wahrscheinlich mit dieser Begriffsdefinition schon wieder erste Wege versucht zu bahnen, um das wieder zu umgehen. Also das zeigt auch ein wenig wie versucht wird heute unredlich Absichten demokratisch legitimierte Absichten zu umgehen. Und ich glaube es ist wirklich eine unredliche Politik die hier betrieben wird und die muss man schonungslos auch beim Namen nennen. Also die hier lebende Bevölkerung Schweizer und Ausländer die hier ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und durchaus einen bedeutenden Beitrag zur Volkswirtschaft leisten die verstehen unter dem Begriff Menschen die hier in diesem Land leben in diesem Inland leben und im Rahmen der Personenfreizügigkeit hat ja die Schweiz als dieser Inländervorrag Leid beschlossen wurde der EU gegenüber schriftlich die Versicherung abgegeben jeder EU Bürger auch wenn er noch keinen einzigen Tag in der Schweiz gelebt hat sich aber hier das kann er per Internet die offene Stelle finden nicht sich hier auf eine Stelle meldet muss zwingend als Inländer behandelt werden und wenn er sich günstiger anbietet dann muss er vorgezogen werden sonst kann er sogar auf den Rechtsweg einschlagen nicht und das Schlimme ist dass man das der Bevölkerung nicht sagt dass man diesen Begriff in Bundesbern anders verwendet als man es im Alltag verwendet als jeder selbstverständlich annimmt ein Inländer ist einer der hier wohnt ich muss also sagen jetzt ganz persönlich aus Diskussionen ich habe sogar den Eindruck im Parlament sind viele im Schweizer Parlament die das noch nicht realisiert haben dass dieser Begriff Inländer von Bundesbern verwendet wird für sämtliche EU Bürger man will das Wort EU Bürger nicht brauchen die meinen auch noch das seien die die hier wohnen würden und das ist natürlich das verkompliziert die Diskussion einerseits und ich meine ich frage jetzt Sie Herr Zugei was ist das wenn Sie plötzlich merken ja Inländer ist auch der der sich zwar aus der EU gemeldet hat noch gar nie in der Schweiz war Also ich sehe das problematisch an und zwar lebe ich seit 20 Jahren in der Schweiz habe meine Steuern bezahlt und wenn die Sachlage so bleibt dass ich zu keine Stelle komme werde ich verarmen also ich werde irgendwann nicht in der Lage sein die Steuern zu bezahlen und das finde ich sehr problematisch also ich möchte diesen Beitrag schon leisten Also da sieht man auch die Differenz nicht der oder in der Vergangenheit war es ja so dass wenn eine Volksinitiative lanciert wurde wurde eigentlich der Rahmen in etwa grob umschrieben was die Idee ist und es war dann die Aufgabe des Parlaments das so in ein Gesetz umzuwandeln dass der Wille dieser Initiative umgesetzt wird Heute ist es eben so dass sogar schon die Initianten mit Juristen und Universitätsprofessoren daran denken müssen welche Bubentrickli da noch angewendet werden könnten und müssen eigentlich bereits die Volksinitiative fast in ein Gesetz umwandeln und formulieren damit alle möglichen Umgehungen weil eben unredlich politisiert wird damit das gestoppt werden kann und hier das hat wirklich eine neue Dimension man wirft uns dann auch vor ihr habt ja das alles so im Detail ausdefiniert hier warum macht ihr nicht gleich das Gesetz weil wir gezwungen sind weil sonst eben alles versucht wird zu umgehen also es ist schon eine bedenkliche Entwicklung hier jetzt ist durch die neue Bundesrätin Karin Keller Sutter ja noch ein neues Element so etwas aus dem Zauberhut heraus geholt worden die sogenannte Übergangsrente also Altersjahr den Arbeitslosen eine Rente die gleich hoch ist wie die Arbeitslosenversicherung vorher war das ist von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden überschäumend eigentlich begrüsst worden was sagen Sie dazu ich denke wenn das kommen sollte wird uns das in mehrfacher Hinsicht wird uns das wird uns negativ negativ beeinflussen das erste ist wir schaffen hier ein eigentliches Anreizsystem das heisst wenn ich mit 58 entlassen werde bekomme ich zwei Jahre die Arbeitslosenkasse und dann kommt diese Rente ab 60 zum Tragen also eigentlich muss ich sagen ja gut also dann kann ich als Arbeitgeber auch gleich dem 58 jährigen sagen hier ich kündige dir jetzt und du bekommst jetzt noch Arbeitslosengeld und hast dann deine Rente ab 60 der Bundesrat hat gesagt das werde ca. 300 Millionen kosten und das ist das zweite die Finanzen 300 Millionen Franken dann hier haben sie die aktuellen Zahlen genommen und die dynamischen Effekte was das noch auslösen wird gar nicht berücksichtigt und das dritte Element ich meine wir haben einen Patienten das ist die AHV die AHV wird in den nächsten Jahren von die müssen wir sanieren die Ausgaben der AHV steigen von 40 auf 80 Milliarden Franken wir wissen wir wissen noch gar nicht wie sie saniert werden soll selbst die neuesten Pläne zeigen nur eine Sanierung bis 2030 und jetzt laden wir noch ein neues Sozialwerk obendrauf Finanzierung ungewiss wer bezahlt das wieder die Jugendlichen die Erwerbstätigen und ich denke der Plan muss anders sein wie schaffen wir es weil wenn es dann eingeführt werden sollte in 15 Jahren haben wir dann ein anderes Problem wie schaffen wir es dass wir die nicht wir brauchen diese Leute oder wir werden in 15 20 Jahren vielleicht sogar schon früher darauf angewiesen sein dass wir diese Leute im Erwerbsprozess halten können und schaffen heute ein Anreizsystem also wir müssen das versuchen zu verhindern nicht weil wir asozial sind nicht weil wir diesen Leuten nicht auch helfen wollen Aber eine solche Übergangsrente ist definitiv das falsche Werkzeug Ja ich denke auch es ist eigentlich die falsche Bombe an der falschen Stelle oder also ich möchte wirklich bis 65 arbeiten können weil mir auch der Berufsspaß gemacht hat und das andere wenn man jetzt dann die Möglichkeit hätte diese Gelder zu bekommen ohne was zu machen das geht in die falsche Richtung und das also das Gesamt die Gesamtsteuerzahler müssen das stemmen oder die Berufstätigen Ist das zu erwarten dass so und so viele Arbeitgeber vor allem die von internationalen Managern geführten Grosskonzerne sagen ja gut also mit 58 weg damit es ist ja gesorgt für die was kümmern wir uns noch um die also von der menschlichen Seite aus ist das einfach eine Ware die man da abschiebt Ja also ich stelle eigentlich auch fest oder die glaube man muss schon ein wenig auch unterscheiden ich glaube wir haben in der Schweiz etwa 400 oder noch mehr fast 500.000 kleine und mittelständische Unternehmungen aus meiner Erfahrung es gibt immer schwarze Schafe aber alles in allem gesehen tragen die schon eine sehr hohe Verantwortung aber ich kenne natürlich sehr viele Fälle von Grosskonzernen die in ganz grossen Stil auch hier in der Schweiz Fabriken geschlossen haben habe selber aus einem grossen Betrieb im Kanton Aargau habe ich letztes Jahr zehn Ingenieure übernommen von einer Fabrik die geschlossen wurde und nach Tschechien verlegt wurde heute werden wir von Tschechien aus bedient und dort ist es natürlich bei solchen Entscheidungen ist es dann sehr einfach zu sagen in der Schweiz können wir sowieso die Leute schneller und einfacher entlassen dann kommen dann wieder Fragen nach Kündigungsschutz das wäre noch viel fataler und dann verlagern wir die nach Osteuropa und für die Leute ist gesorgt wir müssen nicht mal einen Sozialplan machen sondern die bekommen diese Übergangsrente also ist das Problem auch gelöst völlig falsche Anreize was jetzt auch Aufsehen erregt vielleicht auch etwas beunruhigt ist die Tatsache dieses Schulterschluss nicht dass also die Arbeitgeberverbände die haben ja früher immer geschaut dass die Zusatzbelastungen die aus Renten und so weiter entstehen dass die sich in Grenzen halten weil die natürlich für den Wirtschaftserfolg beeinträchtigen können wenn der Staatsanteil immer grösser wird wie erklärt sich der Enthusiasmus dieser Wirtschaftsverbände angeführt von Economy Suisse zusammen mit den Gewerkschaften für diese Übergangsrente Ja gut ich glaube hier muss man vielleicht noch ein wenig präzisieren wenn man ja von Sozialpartnerschaft spricht vielleicht das vorab oder ich meine die in der Schweiz hat aus der Geschichte heraus muss man vielleicht positiv auch sagen der soziale Frieden in der Schweiz in den letzten 100 Jahren ist unter anderem natürlich auch dass wir keine Streiks haben gut ich lasse die Klimastreiks mal genau aber sonst der Arbeitsfrieden in der Schweiz den muss man hochgewichten ich habe Firmen die kommen in die Schweiz weil hier eben nicht wie in Frankreich oder in anderen Ländern irgendwie zweimal im Jahr gestreikt wird also der soziale Frieden kommt historisch natürlich schon von dieser Sozialpartnerschaft die versucht hat immer wieder eine Balancierung zu finden zwischen linken gewerkschaftlichen Anliegen und Arbeitgeber Anliegen das ist eigentlich nicht negativ zu werden aber hier zählt auch der Gewerbeverband ist auch Teil dieser Sozialpartnerschaft und die ist eben nicht dabei also man muss aufpassen wenn man sagt hier herrsche absolute Einigkeit dann stimmt das in vielen Fällen nicht zum Beispiel jetzt auch bei dieser vorgeschlagenen BVG Revision ist der Gewerbeverband nicht mit dabei und ich denke in der Kommunikation muss man immer auch wieder sagen hier ist nicht einheitliche eine einheitliche Meinung vorhanden und ich denke am Schluss muss aber dann die Politik entscheiden was sie machen muss und will also ich denke das ist wichtig eben aber das fällt ja jetzt auf früher hat man ja oft auch in Abstimmungskämpfen sind der Arbeitgeberverband und Gewerbeverband sind da quasi Arm in Arm marschiert und jetzt macht der Gewerbeverband bei dieser Übung klar nicht mit also das zeigt dass die kleinen und mittleren Betriebe die im Gewerbeverband sind offenbar diese Politik mit mit grossem Misstrauen verfolgen also nur noch ein Satz man spürt natürlich jetzt auch wir hatten die letzten sieben Jahre eine unglaubliche Hochkonjunktur also die Wirtschaft ist wirklich hervorragend gelaufen und sehr oft macht man ja die grössten Fehler macht man ja meistens wenn es gut läuft also es kann durchaus auch sein dass heute mögliche Entscheidungen auch der Staat ich meine der Bund hat letztes Jahr 2,9 Milliarden Überschuss gemacht 3 Milliarden 10 Mal mehr als budgetiert und das weckt und das weckt Begehrlichkeiten und führt und rührt und wird wahrscheinlich auch zu Entscheidungen führen die wir vielleicht in paar Jahren sagen müssen wir können uns das gar nicht mehr leisten wir müssen es wieder korrigieren leider wird es wahrscheinlich solche Korrekturbewegungen geben müssen die in den guten Zeiten Fehler die in den guten Zeiten gemacht wurden nun sie sind ja nicht nur auf dem parlamentarischen Weg tätig in dieser Frage der Arbeitslosigkeit und des Arbeitsmarktes sondern auf so wie ich orientiert bin auf ihre Initiative geht die Gründung einer Stiftung zurück sie nennt sich Schweizerische Stiftung für Arbeit und Weiterbildung durch diese Stiftung sind wir auch auf sie aufmerksam gemacht worden vielleicht zuerst einmal an sie noch Herr Grütter was war das Motiv was war das Ziel für die Gründung dieser Stiftung ja das Ganze hat eigentlich eine persönliche Bewandtnis im Kanton Luzern ist ja der berühmte Unternehmer und FDP Nationalrat Otto Ineichen eine grosse Persönlichkeit und er hat vor vielen vielen Jahren hat er auch eine Stiftung gegründet Speranza und diese hat eigentlich ursprünglich das Ziel gehabt Jugendlichen zu helfen so Anfang 2000 Jugendlichen zu helfen die keine Lehrstelle finden oder die nicht den Weg nicht finden in die Berufsbildung und das hat sich dann über die Jahre hat sich das aber ziemlich entschärft heute haben wir eigentlich eher das umgekehrte Problem dass die Firmen die Lehrlinge kaum mehr finden also das hat sich ein wenig verändert als Otto Ineichen leider verstorben ist hat sein Sohn hat dann später bekannt gegeben dass er eigentlich die Stiftung so nicht weiterführen möchte und ich habe mit ihm das Gespräch gesucht und habe dann plötzlich auch im Gespräch mit ihm festgestellt dass eigentlich das Problem sich in den letzten 10 12 13 Jahren viel stärker auf die das Thema 50 plus verändert hat und lange Geschichte abgekürzt erzählt ich bin dann eigentlich zum Entschluss gekommen dass wenn wir diese Stiftung weiterführen wollen dann müssen wir nicht das Thema Jugendliche ins Zentrum setzen sondern das Thema Alters Arbeitslosigkeit und ich habe die Stiftung dann aus verschiedenen Gründen nicht übernommen sondern wir haben uns entschieden wir machen eine eigene neue Stiftung wir haben aber die Aktivitäten daraus was das Thema 50 plus angeht übernommen und nur noch kurz was machen wir eigentlich was machen wir genau genau ich komme aus der IT Industrie was wir machen und das ist auch der Geschäftsführer Tino Senoner der hat das eigentlich als Unternehmen aufgebaut wir erfassen seit über zehn Jahren digital sämtliche Stellen die in der Schweiz ausgeschrieben sind also eigentlich sind wir auch ein RAF wir sammeln einfach alle Stellen die ausgeschrieben sind und was wir damit machen wir machen ein Profil also wir schauen genau wo ist die Stelle geografisch was ist gefordert was sind für Erfahrungen Profil genau das gleiche machen wir dann von den Leuten die sich bei uns melden und dann sind wir jetzt sehr banal ausgedrückt fast eine Art Partnervermittlung hier aber einfach Stelle und wir machen Profil Max und das Ziel dieser Übung ist es dass die Leute die sich bei uns melden nicht mehr 50 oder 100 oder 200 Bewerbungen rauslassen sondern dass man das versucht zu reduzieren auf 10-20 Bewerbungen dort unterstützt versucht zu erzielen dass wir dann wirklich diesen Leuten in nützlicher Frist wieder einen Job vermitteln können die Erfolgsquote liegt bei etwa 50% und wir haben jetzt seit in den letzten vier Jahren etwa 500 ich habe die Zahlen gestern noch mir geben lassen sind etwa 520 Leute denen wir wieder weiterhelfen konnten also es ist ein Tropfen auf den heißen Stein aber immerhin Herr Zugei Sie sind einer dieser Personen die sich an diese Stiftung gewendet haben und Unterstützung ersucht haben Wie haben Sie die Arbeit dieser Stiftung erlebt Also sehr positiv Ich bin natürlich Tino Senone schon seit fast fünf Jahren weil er hat mir damals im Alter von 54 auch mit dem Coaching geholfen zu der vorherigen Stelle zu kommen und als ich dann arbeitssuchend war habe ich mich wieder an ihn gewandt und wir haben auch ein Coaching gemacht und da waren noch andere Leute die dort das Programm der Schlauben haben und ich nutze jetzt diese Plattform aber bis jetzt habe ich noch wie gesagt kein Vorstellungsgespräch haben können aber ich bin sehr positiv dass mir das gelingt mit Hilfe von Stiftung macht man da an diesem Coaching also auf jeden Fall muss man eine Ist Analyse machen wo man steht und welche Veränderungsprozesse man machen könnte was positiv ist in welche Richtung möchte man sich entwickeln und an diesen Sachen arbeiten Es findet auch statt dass die ihnen sagen sie müssen auf dem und dem Gebiet vielleicht einen Kurs oder irgendetwas besuchen um dort den Anschluss besser zu finden solche Dinge geschehen auch Ja Also jetzt Vielleicht kann ich noch ergänzen was wir auch versuchen natürlich dort wo es dann nicht mit diesem quasi automatisierten Matching geht wir versuchen natürlich dann das ist das Coaching wirklich auch den Leuten die in dieser Negativ Spirale drin sind versuchen wieder ihnen aufzuzeigen Selbstvertrauen zu geben Man muss denen wieder sagen was die können und dass die wieder mit einem gewissen erhobenen Haupt auch wieder in die Vorstellungsgespräche reingehen weil das sind zum Teil wirklich tragische Situationen die hier entstehen Also jetzt in den letzten paar Minuten die wir noch haben sprechen wir über die Zukunft was ist zu tun es ist davon auszugehen dass das Schweizer Volk wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2020 über die Begrenzungsinitiative abstimmen wird wenn diese Begrenzungsinitiative kommt unterstützt die Anstrengungen zugunsten der wieder in den Arbeitsprozess Eingliederung der älteren Schweizerinnen und Schweizer oder hier anwesenden Ausländer die hier viele Jahre schon gearbeitet haben wie beurteilen sie das ja ich denke die Begrenzungsinitiative wird ja jetzt in der September Session im Nationalrat diskutiert ich meine in Bern ist die Ausgangslage klar also das ist das wird unsere Partei wird das vertreten und dann alle anderen werden das wieder werden dann wieder von Kündigung und das Ende der bilateralen Verträge dabei ist ja das Rahmenabkommen das Ende der bilateralen Verträge weil dann können wir definitiv nicht mehr auf Augenhöhe verhandeln was sagen Sie zur Ausführung von der von der Frau Bundesrätin Karin Keller Sutter diese Initiative würde Brexit Turbulenzen in der Schweiz auslösen das hat sie an der Pressekonferenz gesagt ja gut man muss ja fragen weshalb gibt es Länder nehmen wir doch Großbritannien als Fallbeispiel ich bin überzeugt gäbe es in der EU keine Personenfreizügigkeit was nicht heisst dass die Menschen nicht auch migrieren können und sich Jobs suchen können aber es darf nicht sein dass es einfach alles offen ist und so erlebe ich das auch international ich meine ich bin ja in meiner Industrie bin ja wirklich viel auch im Ausland bin zum Beispiel oft in den USA Silicon Valley dort werden auch Leute aus der ganzen Welt gebraucht die besten Köpfe aber dort ist immer zuerst die grosse Frage finden wir nicht eine Person im eigenen Land bevor man irgendjemand reinholt und ich bin überzeugt dass dieser Druck dieser Druck und vor allem wenn dann noch irgendwann eine Rezession kommen sollte dieser Druck der wird noch viel höher sein und die Personenfreizügigkeit ist wahrscheinlich schon das Element dieser ganzen bilateralen Verträge die wirklich auch den Leuten auch den Direktbetroffenen wirklich ins Knochenmark reingeht dort wo die Nerven liegen und deshalb denke ich tut die Politik gut daran hier dieses Thema sehr ernst zu nehmen und das ist ja für uns ist es ja eigentlich die Antwort auf die Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative und ich hoffe jetzt mal dass wir die auch gewinnen auch wenn das sehr sehr hart sein wird wir werden ganz alleine hier stehen aber ich schliesse es nicht aus weil dieses Thema hier das beschäftigt viele viele Leute viele Leute haben heute Sorgen um die eigenen Jobs auch die Älteren jetzt kommen die grossen geburtenstarken Jahrgänge in genau dieses Alter wo sie auch davon betroffen sein könnten also hier brodelt es und ich bin gespannt wie dieser Kampf ausgehen wird ja also das Thema wird uns wird sie noch beschäftigen wir wünschen ihnen natürlich dass es gelingt mit dieser mit Hilfe dieser Stiftung doch noch einmal einen Arbeitsplatz zu finden dass sie ihre Ziele und ihren Willen selbst für sich zu sorgen nicht dass sie den erfüllt sehen können noch einmal während ihrer Arbeitszeit politisch wird das Thema heiß bleiben das ist klar die anhaltende Masseneinwanderung die wir haben die wird das die Personenfreizügigkeit natürlich weiterhin auf den Tisch der Diskussion legen ich bin auch überzeugt dass die Schweizer Zeit weitere Fernsehsendungen zu diesem Thema machen wird in den nächsten Tagen ich möchte mich für das Gespräch bestens bedanken ich glaube wir haben Anschauungsunterricht über den Verlauf der Politik bekommen und von Ihnen Herr Zugay wie der Betroffene das erlebt was sich da auf dem Arbeitsmarkt tut und wie schwierig die Situation persönlich wird wenn man da in diesen Strudel hineingerät ich möchte dem Aufnahmeteam von Schweiz 5 danken dass sie uns diese Sendung möglich gemacht haben ich danke dem Publikum für das Interesse das sie zeigen die nächste Sendung die von Schweizer Zeit aus gesendet wird wird eine Direktübertragung aus dem Haus der Freiheit sein ein Schweizer Zeit Stammtisch dort wollen wir uns wenige Tage vor der Bundesfeier dann etwas über den Umgang der Schweiz mit der Schweizer Geschichte beschäftigen die Wiederholung der heutigen Sendung kann am kommenden Sonntag 21. Juli am 15 Uhr bei Schweiz 5 verfolgt werden ab Montag 22. Juli ist die Sendung aufgeschaltet auf www.schweizerzeit.ch ich bedanke mich bei Ihnen meine Gäste und ich wünsche Ihnen geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer noch einen guten Abend Dankeschön bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020